Also eins muss ich festhalten, es ist ein Lebensabschnitt. Und damals, als wir 1994 angefangen haben, ich glaube, keiner von uns hätte gedacht, dass wir mal so weit kommen. Und jetzt sind 20 Jahre und wir haben eine unheimlich treue Zuschauerschaft, nicht nur hier im Süden von Deutschland, sondern auch jenseits der Grenze, auch im Elsass, auch in der Schweiz. Und es sieht ganz so aus, als dürften wir noch ein bisschen weitermachen. Und ich wurde natürlich immer wieder gefragt, ja ist das nicht langweilig, immer dieselbe Rolle und so lange Zeit. Und wenn ich in mich hineinhorche, stelle ich fest, nein, es ist gar nicht langweilig, weil ich ja nicht nur eine Momentaufnahme von der Figur oder von der Handlung geben kann, sondern ich begleite diese Johanna durch Jahrzehnte. Und das ist verdammt aufregend. Und die Johanna, die ist ja ein bisschen älter, als ich selber bin. Also kriege ich so schon frei Haus eine kleine Vorahnung, wie es sein könnte. Und das ist ja ein bisschen älter, als ich selber bin.